Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft hier mit mir dem Racer Games. Ja, in der letzten Folge habe ich mich ein bisschen Arscher verabschiedet. Macht aber nichts, ne? Ich hoffe, ihr habt mich alle noch verstanden. Ähm, der Fall mal aber weiter hier. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt einfach die Folgen ein bisschen kürzer halten. Und es liegt echt nicht nur an Donnen, sondern auch daran, dass jetzt meine Platte wahrscheinlich bald voll ist, also meine Festplatte. Mann! Das muss hier wieder hochkommen. So, jetzt haben wir nämlich hier überall Wasserlöcher, ne? Ne, da hinten ist aber jetzt auch geil. So, ja, wir machen das selbe. Das ist das letzte, was wir bauen müssen, aber ja. Das ist das letzte. Jetzt sind Leute das echt das letzte, was wir bauen müssen. Ja, nach 16 Schild hab ich viel zu viel gemacht. Ne, egal. Das ist das letzte, was wir machen müssen. Das ist das letzte, was wir machen müssen. Das ist das letzte, was wir machen müssen. Lalalalalalala, Mann, ist das doch ein Scheiß mit den Treppenverdacht. Jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Jetzt muss ich ein Loch in den Boden kloppen mit Beta-Klöppel. So. Genau, so läuft das doch. No, ja, ja, ja. Ah, 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 ah. Ah. Du, 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 du. Bö, bö, bö. Lalalalalala. So, jetzt gucken wir mal, ob es reicht schon. Ich würde sagen, ja. Aber ich weiß ja nicht, was du sagen würdest. Nein, warum ist das hier? Lalalala. Läu, warte, was ist da hinten auch so? Ach, jetzt geht er hoch. Ach, ich weiß warum. Muss ich halt nach vorne setzen, ne? Nee. Hä? Okay, ähm. Muss ich das verstehen? Dann muss er vielleicht auch noch eins nach hinten. Hinten. Äh. Ganz arg strecken. Äh. Muss Wasser da hinten. Äh. 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 Ich gehe mal hier eben zu. Ich gehe rein ins nächste Abenteuer. Äh. 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 Boah, ich habe so lange keine Monsterfalle mehr gebaut. So eine große habe ich glaube ich sogar schon gar, äh, gar nicht gebaut. Noch nie. Ich habe, glaube ich, nur so kleine bisher gebaut. Aber ich habe schon mal bei 1000 LP eine große gesehen. Und zwar weiß ich auch, wie die funktioniert. Äh. Nein, nicht da rein. Äh. So, mal gucken, ob das jetzt die... Ach. Mein Gott. So. Ach, ich will diesen Offer abscheuen, ne, ohne Scheiß. Ja, ich würde sagen, passt. Jetzt machen wir mal vor allem hier nochmal alles zu. So. Eins. Zwei. Und. Drei. Oh, hier ist ein Monster, ein Monster, ein Zombie gespawnt. Jetzt gehen wir mal raus, Mann. Alter. Wo ist denn der Zombie? Ich möchte mich bestimmt da draußen löhnen, wo? Lala. 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 Also, wir machen mich ja voll paranoid, ne. So, passt da. Ja. Ja. Da machen wir hier mal so zu, zu. Und gucken mal, ob wir das hier haben. Hier haben wir das. Jetzt haben wir das. Hier haben wir das auch. Hier haben wir das. Und. Hier. Das heißt, es steht nicht mehr im Wege bis auf das hier. Ach, guck mal, da ist halt der Zombie. Der wollte nur mal ein bisschen rumtesten. So. Ähm. Das heißt, wir müssen einfach nochmal hier den Elb scheiß machen. Und hat super. Egal. Das heißt, wir müssen einfach hier den Elb scheiß machen. Geht. Boah, Alter, bin ich nicht perfekt. Alter. Genau abgemessen. Durch Zufall auch noch. Ich dachte mir gerade schon, wie mache ich das? Wie mache ich das? Boah, ich bin ein Mega Pro. Hammer geil. So, jetzt haben wir genug Glück. Das kann ja wieder ein bisschen rumfällen. Hä, weißt du mal, ich glaube, ich habe sogar schon etwas rumgefällt. Warte mal. Funktioniert das? Nicht, wird auch. Ne, genau, wir müssen nämlich noch Treppen rein. Ich voll depp. Aber erst dann kann man nämlich da hoch. So ist aber da nicht reinfallen, ne? So ist es Spaß. Die Falle funktioniert einwandfrei. Ich schlage mich doch wirklich nicht, ne? Oh, Mann, dann geht er halt weg hier, ey. Ganz ehrlich. Ich glaube, die Monster-Falle wird so mega erfolgreich. Erfolgreich. Ach, Mann, nee. Ich könnte echt mal an die Treppe gehen, jemand schleudern. Oder Notch, ein von beidem. Ganz ehrlich. Dafür komme ich hier jetzt hoch. Äh, wo ist Wasser? Dein, das Wasser. Wasser. Wo ist hier Wasser? Auch ganz viel Wasser. Ach, guck mal, ich weiß noch, wo du hier reinkommst. So. Ach, schade, ich habe es in der Welt des Falles voll erfolgreich. Wann ist das Ganze hier mal in Ruhe bauen? Und eigentlich könnte ich da oben auch noch abdunkeln, oder? Was ist hier da rein? Ja, geil, das ist der Schnee. Nee, das ist der von gestern. Das ist dann einfach eine andere Geschichte. Das Schnee von gestern. What the fuck? Habe ich auch spät gezeigt? Ja, okay, gut. So, dann kommt hier wieder der Schulle rein. Und Treppchen. Natürlich falsch rum, weil die Treppen scheiße sind. Maaan. Oh. Warum habe ich mich nochmal vorhin gelobt? Scheiße. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss das Eis weiter hinten bauen, ich voll da. Das Wasser kann nicht immer schön weggehen. Habe ich alles falsch. Jetzt müssen wir nicht alles richtig sein. Oh, das ist ja kein scheiß Wasserbecken. Ich könnte ja nicht. So. La, la, la. Schub, 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 schub. Perfekt. Dö, 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 dö. So. Ja, passt da, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte die rummeckern. Dann geht bitte vor die Tür. Schub, 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 schub. Perfekt. Jetzt wird es nur noch hier. Na, super. Hä, das ist aber ein bisschen fehl hier. Ja, genau. Ich will mich auch sagen. La, 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 la. So. Nein, ich möchte hier hoch. Oh, jetzt habe ich hier hochge... Ach du Scheiße, wie kommt die Krise denn jetzt? Nein, alter, fuck, scheiße. Oh, danke. Alter, die Falle funktioniert aber schon arg gut. Perfekt. Und damit ist die Falle eigentlich schon fertig, ne? Mit dem letzten Eimerguss. Fumm. Fertig. Ja gut, ganz fertig ist es natürlich noch nicht. Aber es geht in Richtung fertig. Das wollte ich damit sagen. Ähm. Ja, jetzt frage ich mich, aber ich brauche eigentlich jetzt noch Sandstein und zwar, weil ich nämlich jetzt mal ich mache hier mal über den Brücken hin. Weil da machen wir nämlich erstmal hier alles dicht, alle wo ich hoch wollte. Beziehungsweise wo Brücken sind. Und da hinten noch. Und ich kann auch Karotten essen, wenn ich lustig bin. So. Und hier noch. Da hinten ist noch was. Das sehe ich bis hierher. Schupp, schwupp. Und ansonsten, das war alles zu. So, das brauchen wir aber sonst noch Sandstein. Komm nicht drum rum. So, pass auf, so, das ist schon mal ein Creeper und macht uns alles wieder kaputt. Die ganzen Treppchen. Die ganze Scheiße ab. Guck mal, ich kann euch auch mal zumachen. Aber mal so, weil es einfach schön aussieht. So. Perfekt. So, ab ins Lager und keinen Erdrock hinsetzen. Das ist scheiße. So, ähm, Sandstein. Wie war man denn davon? Genug, würde ich mal sagen. Wir nehmen trotzdem einfach mal alles mit, weil ich einfach grübeln. Little Star. Das müsste Sonnertag schon sein, ne? Oder Mittwoch? Boah, ich weiß es nicht. Ich bin kommend aus dem Zeitrhythmus. Little Star. Lalalalalala. Äh, wie komm ich jetzt hier rüber? Äh, so nicht. Äh. So. Jetzt müssen wir nämlich hier mal eben auswechseln. So, eins, zwei. E-T-F. Nein, ach. Oh. So. Weil auf Sandstein kann ich bin nicht hochklettern. Ab hier können die hochklettern, ne? Aber das ist dann egal. Ganz ehrlich, dann sind die eben Spinnen nicht mehr so oft da drin. Ähm. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Und vor allem, wir brauchen erstmal irgendwie einen Plan, wo, 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 wo lang geht's denn in unserem Haus? Warte, ich seh, egal, ist mal weg hier, ey. Wo geht's denn da weg? Da hinten, oder? Ja, okay, dann ist hier mein Haus. Dann füllen wir das mal hier runter, einfach. Oh, da, bitte. Reicht da jetzt schon, oder so? Machen wir noch eins. So, dann, äh, noch alles schön mit Sandstein. Warte, die machen wir mit einer Fakle auf dem Boden hier. Auf dem Boden der Tatsachen. Pfff. What the fuck? Wir kommen nicht zu so'n scheiß Huhn rein. Oh, lecker essen. Alter, wie, ist es von da draußen reingelaufen? Wie geil ist das denn? Kommt aber mal so'n Huhn rein. Ich denke mir so gerade, what? What? Schön. So, jetzt muss ich mir die Fakle auf dem Boden klatschen, ne? La la la. Ah, ich hab' ich mir wieder vergessen. Mein Gott, ey. Ich hab' ich mir wieder vergessen, wo mein Haus ist. Hier, ne, weiter. Auch hier. Das heißt, wir müssen genau in die Richtung, wo ich natürlich gerade die Faklinge geklatscht hab, aber das ist natürlich wieder typisch. Sooo, dann. Ach, jetzt kann ich nochmal hochklettern. Und wir müssen mal eben Wasser holen. Ja, und die Wasserlöcher machen wir noch zu, aber, äh, nur die Ruhe. So, und zwar brauchen wir nämlich jetzt... Oh, da ist mir eine unendliche Wasserquelle hier irgendwo. Warte mal. So. Ist ja jetzt auch nur provisorisch. Ne, also wie alles hinterfalle. Wünsche mir alles noch schön. Also, die Falle nicht an sich selber, aber wir würden alles noch schön, äh... Ne, dass wir so schön geschätzt werden. So, dann machen wir nämlich hier noch ein Schild, damit wir hier den Fluss gechillt setzen können. Ach! Ne, Achtung. So, verdämmlich. Ähm. Jetzt müssen wir aber erstmal den Scheiß hier wegmachen, ne? Ja, da, hier. So, weg, 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 weg. So. Hey. Jetzt. Okay. So. Lalala. So, und ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier gehen sollen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen aber mal so lange, bis wir irgendwo rauskommen. Oder? Bin dann an gutem Plan. Aber hier drüben ist Wasser. Ach so, der Wasserkanal wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, ich mach's aber nicht auf. So, mein. Ja. Ach, lösen wir, hä? Was sind wir denn? So, wir werden uns vertuscht werden. Ähm. Leute, ich hab keine Ahnung, wo wir grad sind. Ach, Leute, wir sind jetzt gerade hier. Dann überlege ich doch mal, ob ich das... Wobei, ne, das geht leider nicht, weil ich sonst, ne? Ne, geht aber nicht. Weil, ich hab's hier noch drum rumsetzen muss, und dann, ne? Läuft nicht. Naja, schade. Wär eigentlich perfekt gewesen. Mach mal, aber hier einfach zu. Vergessen das einfach mal alles. Lalala, 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 lalala. Und ich seh schon mal dieses Video über der Zeit, ich würd mich sagen, ich würd, ich würd mich sagen, ich würd mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir werden bitte dieses Video, gebt einen Daumen hoch, ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Dann hab ich jetzt einfach was sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge. Tschüss. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest, oder mir einfach eine Beweisung da lassen würdest, ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.